Handel. Freitag, 23.12. Er kam dann mit Fassler und seine Kollegen zu dem Zuckerhaus, um heftige Geschirfte abzuwickeln. Er selbst ist gerade auf Pott, um büdig Bock abzusein, so richtig gerne Geschiss, als er plötzlich hört, dass draußen irgendwas los ist. Ola, das wird büdig Bock. Oh, scheißah, Alter. Ah, fuck. Ah, man, man, fuck. Bulli, was ist los? Es gibt die Burrito, Alter. Es gibt die Nase, Alter. Ich hab die Kurse, doch gut. Sie können mal, Mannakoyom, Alter. Was ist hier los, Alter? Ich schwöre dir, was ist hier los, Alter. Ey, ruhig, Alter, ruhig, Alter. Einer nach dem anderen. Was war denn? Ja, weißt du? 2 Kilo! Ey, ey, Mustaf, Alter, erzähl, was ist los? Was hat Junge gemacht, Alter? Ich würde, Alter, der hat Bitch geschlagen, Alter, weil sie nicht kommen wollten, weil der nicht schmerzt, Alter! Was, Alter? Was, Alter? Und du hast Bitch geschlagen? Jetzt schlage ich dich, Alter! Ah! 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 Wie bist du, Alter? Der Bastard! Und jetzt ziehst du, dass der hier rauskommt, Alter! Was bist du, Alter? Ich würde, Alter! Zuckaos. Genau eine Woche später. Siehst du, was du gemacht hast mit meinem Auge? Das ist immer noch blau! Hure zu, Alter! Ich klatsch dich, ich bringe, Alter! Was kommst du hier noch mal rein, Alter? Sei jetzt ruhig, Junge, Alter! Alter, Alter, Alter! Danke, Alter, Alter! Köpäck! Was? Was? Köpäck! Was? Was willst du mit blöder Hund? Du hast mein Köpäck getötet! Du hast mein Köpäck getötet! Aber lass ihn gehen! Und dafür mach ich dich kaputt! Warte! Und so, die zappt sich weg und fängt, Alter! Scheiße, guck wie die Einrichtung an! Alles kaputt geschossen, Alter! Siehst du überall blut, Alter! Ey, Mustafa, du kümmerst dich darum, ja, Alter! Morgen muss das Geschäft wieder weitergehen, Alter! Scheiße, ich geh jetzt hier heim, Alter! Ich muss mein neues Köpäck besorgen! Der ist kaputt, ja?